Beziehungskrise Danke Dankeschön Du trinkst gar nicht? Kontrollverlust hat mich nie gereizt Ah ok Nie ausprobiert oder so? Das kann er sich gar nicht vorstellen Ja ist gut hier jetzt Nichts gegen Rausch Ich meine damit verdiene ich ja mein Geld gewissermaßen Und du? Ich? Ja erzähl doch mal Wo warst du denn Die letzten Was? Zwei, drei Jahre? Zwei Jahre Äh Ich war auf Bali Ehrlich? Wie hieß es denn da so? Hey jetzt lass dich doch Ich kann sie doch fragen was sie in der Zwischenzeit gemacht hat Du warst damals so plötzlich verschwunden Ja ich habe einen Tapetenwechsel gebraucht Bali Zwei Jahre Also die ganze Regenzeit über auch Oktober bis April Ja jetzt pass mal Also genau genommen Ich war im Gefängnis Ah ja? Ja Ich weiß ich bin nicht gut im Lügen Ja stimmt Es war mir einfach unangenehm das zu sagen Weshalb warst du im Gefängnis? Drogen Wow Aber ich meine wie lange? Ja sie sitzt sechs Wochen draußen und ich würde sagen jetzt gibt es einfach einen Neustart Und wie ist es wieder draußen zu sein? Es ist noch ein bisschen ungewohnt Ungewohnt ist es schon für sie jetzt Ja Auf die Freiheit Gerne Auf die Freiheit Gerne Auf die Freiheit Ja